Hallo Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Royal Revolts, weil es ist soweit, die Allianz könnte sich einer Kriegssaison anschließen oder sie betreten, wie auch immer man es nennen möchte. Und ich würde sagen, da dieses flammende Symbol so schön aufblinkt, dachte ich mir, ich mache jetzt mal eine Aufnahme und starte mit euch gemeinsam die Kriegssaison. Ich glaube, das sind wir, das ist unser Zeichen, das seht ihr auch hier, unser Darks Army, dann haben wir als Gegner noch die Memmen, okay, vom Namen her einfach unaussprechlich, äh, die hier noch und die hier und die hier, und die haben so, achso, die kämpfen gerade, seht ihr schon, die kämpfen gerade, France gegen E-Templari, die kämpfen gerade und gegen die hier, also gegen die anscheinend kämpfen wir alle. Ich würde sagen, wir starten einfach mal einen Kriegstipp auf eine Länderei, um einen Krieg zu starten, ähm, und da mir die hier sind nicht so wirklich gefallen, äh, würde ich sagen, greifen wir erst mal die an. So, jetzt sind wir aktuell anscheinend im Krieg, und, ähm, ich bin recht unsicher, was jetzt passiert. Wir sind anscheinend mit allen 14 Leuten im Krieg, und wenn wir jetzt mal angreifen würden, wähle ein Gegner, okay, wer, wer, okay, schauen wir mal, ja, ich weiß ja nicht mal, äh, äh, ja, das ist nur eine gute Frage, wenn ich jetzt nehme, aber, was ist denn, wenn ich jetzt den antappe? Okay, dann sieht man auch, was die so an Towern haben, der hat, der hat Frost und scheiß Dings Tower, der leckt mich am Arsch. So Frost und, und, an Froster und Ding und so, wir hatten Ogre, was natürlich noch ein bisschen akzeptabler ist. Ähm, ich habe jetzt mal übrigens auch die normalen kleinen Einheiten gegen den Paladin getauscht, und ich würde sagen, den greifen wir mal an, oder? Ähm, wir greifen erst mal noch gar keine an, wir schauen erst mal. Schauen wir erst mal, was die Leute hier dazu sagen. Äh, sieht das einfach komisch aus, aber war es nicht so richtig? Die Gäber sind ungeordnet. Und, äh, irgendwie kreuz und quer, also gegen die machen wir erst mal Krieg gehen. Also, wir müssen anscheinend jedes einzelne, jedes einzelne Feld einnehmen, oder jedes einzelne Feld kann bei einem angreifenden Historie. Schauen wir mal, noch keiner beendet den Krieger, stand aktuell, ähm, die beste Allianz ist France. Und wurde wahrscheinlich diese drei Upgrades bekommen, wenn sie auf Platz 1 bleiben. Ach, und jetzt verstehe ich das für diese Ländereien. Das ist nämlich genau das, glaube ich, wie man, äh, im Krieg macht, ähm, was man im Krieg macht. Wenn ihr mal ganz kurz seht, hier unten Ländereien, zwei Ländereien für das nächste Level, äh, für das nächste Level benötigt, ähm, das ist aktuell jetzt plus zwei Steuerbonus. Deswegen würde ich sagen, ich greife jetzt einfach mal an im Krieg. Ich habe keine Ahnung, wie stark die sind, oder I don't know. Ah ja, genau, die können mich natürlich auch jetzt angreifen, ist ja logisch. Schauen wir uns den an. Okay, der ist, der ist zu schwach, den wir nicht nehmen, denke ich mal. Warte, ich lasse die ein bisschen kleineren. Aber ich habe auch keinen Bock gegen Froster zu kämpfen, weißt du? Oder gegen, ja, Froster und Oga, das ist einfach beschissen, ist das hier. Er ist so ein Scheiß-Gegner! Was ist denn das hier? Was ist denn? Cyclops heißt der? Wir sind ja da runter noch. Ist auch zu schwach. Ich kann sowas nicht angreifen, weißt du? Und dann, dann hatet ihr mich alle. Aber gegen die, wie ich auch nicht käme. Ich will nicht gegen diese Feuerviecher kämpfen. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich bin 70 Brote, wo auch man dafür. Also, bevor ich alles brauchen, wir gefühlt Brote. Und dann schauen wir mal. Haben wir natürlich, haben wir natürlich die Dings-Sets verloren, die Bonis von der Allianz, weil wir die nur 24 Stunden haben, kostenlos. Aber naja, gucken. Haben diese, diese Froster, die macht so Schaden, ja, ohne Witz. So, zwei Dings-Tower hier, zwei Bomben-Tower, schauen wir mal. Mittlerweile, ihr seht schon oben, okay, das Gold kriegen wir nur. Das ist nur Gold, das ist keine Totenköpfe. Oh, da kommt der Oga, ey, Alter. Der Oga ist wirklich eine Katastrophe, ist das Quatsch. Aber wir können hier einen Easy-Down kriegen. So, holen wir uns dann ein paar Paladine mit dazu. Ein paar Zauberer noch dazu. Reiß die scheiß Kacke hier ein, ey. Ja, schön, wunderbar. Ein Paladin, der tankt für mich. Direkt vor uns. Aber da hinten greifen gerade welche an, ne? Seht ihr das hier unten? Da komme ich leider nicht ran, das ist gerade so hässliche Froster. Oder ist das ein Feuermagier? Ist der Ernst auf ein Feuermagier, oder? Scheiße. Aber das sieht gar nicht so schlecht aus für uns gerade, muss ich sagen. Aber ich muss den Froster. Okay. Er greift jetzt mich an. Ne, doch nicht. Ich habe mich gerade getroffen. Sieht immer gar nicht so schlecht aus, muss ich sagen. Wäre natürlich ganz cool, wenn ich jetzt mal ein bisschen regenerieren könnte. Ich lasse sie mal ganz kurz alleine vorlaufen. Kommt ihr wieder ein dreckiger Oga. Aber der wird gerade gefriest von unseren Frostern seht ihr das? Ein paar Lieder, die wird gleich sterben. Auch fast stirbt er. Aber wir sind gut dabei, muss ich sagen. Sehr gut dabei. Wir haben uns ein paar Bogenschütze mit dazu. Ich glaube, das war es schon gewesen. Jetzt kommen noch ein paar Einheiten vom Gegner her. Die sind aber auch lächerlich. Eine Mütte haben wir immer noch. Wobei ich den Gift hat, Zauber hat natürlich jetzt benutzen können. Wäre clever gewesen. Und da haben wir, okay, da haben wir lächerliche Falltürme. Das ist okay. Die Falltürme kriegen wir locker down. Schlimm ist immer Bomben-Türme hier auf dieser Ebene. Gleich kommen wir wiederein. Verteidigungswerte geht mir stark von aus. Ja, da kommt der Ne. Okay, wir können... Man summoned kann es den Oga angreifen. Erstmal nehmen wir das Ausnahmene. Nein, nein. Heute ist der vom Guter Gegner gewesen. Also auch ein Gut-Gewitter-Gegner. Sag ich mal. Ich weiß nicht, ob er so gut war. Zumindest haben wir ihn vollständig zerstört. und das sind die allianz kriege das meinte der gründer sollte mir einfach mal anschauen und ich soll es auch ein bisschen präsentieren euch dazu ein bisschen verleiten ein bisschen goldbonus und jetzt kann man die 504 schädel das was worum gekämpft hat in diesem in diesen allianz kriegen er hat mal verboten gehabt wenn ich schlecht gewesen ja damit haben wir zum beispiel unseren ersten angriff auf den gegner erfolgreich durchgeführt zumindest ich naja ihr seht es ja aktuell greifen wir halt die an ich weiß ich weiß kein viel langer ich glaube fünf tage geht so eine kriegssaison genau ihr seht schon die haben die auch schon kann man was ist wenn ich jetzt noch mal angreifen kann ich mir irgendeinen anwählen die tatsache wir können immer nur die angreifen die glaube ich noch nichts oder die noch nicht alle drei dinge kassiert haben alle drei kronen oder kann ich das nur machen das heißt also weiß ich gar nicht ehrlich gesagt also mal ganz kurz gucken die haben ja auch schon was gewonnen die haben was gewonnen aber ich sehe hier nichts heißt also entweder kann ich alle angreifen und die können alle angreifen ohne und irgendwelche unterschiede heute mal ganz die frage nach wäre natürlich cool wenn jeder geht angreifen könnte erinnern es wäre mega krass 514 und ich sehe hat wie gesagt nur den jahr als ach so wir kriegen plus zwei prozent bonus das ist also der ländereien bonus das ist nämlich das rang 3 aktuell zwei prozent steuer bonus das ist nämlich genau das was es hier gibt in dem in der kriegssaison was sind die zwei prozent bonus ihr habt die zeit prozent bonus alle schlachten 10 schädel das heißt ich habe 504 geholt und habe halt 514 schädel insgesamt bekommen einfach durch die durch die prozent bonus ist nicht schlecht ja dann würde ich sagen ja das kriegst du sagen auf jeden fall eingeleitet da kommen wir uns immer so unser normales dörfchen die ganze zeit an wir haben ein paar brötchen aber noch dazu bekommen ich habe so ein bisschen inzwischen mit angegriffen deswegen seht ich habe ein bisschen viel gold und viele haben mich wieder an den griffen gehabt vor allem auch teilweise ja hier in 36.000 verloren haben es aber meistens nicht geschafft mich zu drei sterne gut der hier schon aber doch aber letzten schützen die sind so ohne scheiße sind so lächerlich dieser aber letzten schützen wenn er gegen sie kämpft hört auf damit könnte gleich aufgeben weil sie sind so lächerlich op man das ist unfassbar der typ das ist ein paar zwei warum greifen mich alle aus meinem aus meinen oder aus den zwei klären an das ist zwar kein auf die zweite zweiter zweiter das ist dax damit zwei der mit 700 und was kronen okay ganz kurz mal mal hier die mit 700 kronen okay kann sein dass er sich kurz geändert hat also der wird es wahrscheinlich sein ich habe keine ahnung ich sag was ist mir nicht den akuten muss man jetzt natürlich brote bezahlen möchte ich jetzt ehrlich gesagt aber nicht wir können jetzt nämlich erst mal ein bisschen rum gucken was wir so haben ich habe nämlich wieder ein bisschen was ausgebaut gehabt ich habe ein bisschen viel gold gehabt zwischendurch und ich wollte nicht dass es mir alles geklaut wird deswegen habe ich ein bisschen was ausgebaut gehabt und ja übrigens auch den magieturm glaube ich mit dem zauber genau den hammerschlag wurde gerade aufgerüstet dann wird hier einmal der dicks noch aufgerüstet der bogenschütze glaube ich genau das sind 49 minuten fertig hat 100.000 gekostet glaube ich und der ritter das ist unglaublich teuer 350.000 die ding ist dann echt krass meine schatz kann euch übrigens aufgerüstet die kann jetzt also 1,5 millionen speichern und 200.000 sind geschützt gefällt mir sehr gut gold liegen mäßig aktuell bin ich rang 5 also hier ist es wirklich schon merkt man schon wirklich harter umkämpft bei gold liga und hier auf platte 1 kriegt man sogar 75 wenn das ist ziemlich viel muss ich sagen das war okay dachte ich mir schon und auf jeden fall die allianz gewesen kummer schauen was dabei rauskommt wenn wir wenn wir es beenden und guckt euch an leute wie viele leute sich bewerben das ist unfassbar ach so ja das war das gewesen wie viele leute und leute ihr braucht schon einbewerben bitte ja ich meine jetzt habe ich teilweise leute drin die sich fünf mal hintereinander bewerben oder so keine ahnung das bringt irgendwie nichts außer dass mein postfach voll gemüllt wird also einmal bewerben reicht dankeschön und ich werde euch dann wie gesagt annehmen sobald wir mehr plätze aber ich weiß nicht wie leicht ihr euch das vorstellt das sind 500.000 gold den nicht mehr ist nicht mehr genug alter das sind 600.000 630.000 gold für das upgrade brauchen und ich weiß schon wenn ich heute abend wieder kicken werde den hier der hat mich gestern auch schon nichts gespendet ich weiß nicht warum leute die ganze zeit reinkommen und dann nicht spenden und inaktiv ist mega komisch ja ich weiß ich weiß ich weiß das kann mir vorstellen so und hier wird aktuell noch die burgwache aufgerüstet einmal die die burgwache an sich dann die wird jetzt an sich aufgerüstet das heißt also ein bisschen weniger zeit bei dem verteidigungsabstand ich kann sie höher aufrüsten denn hier ist nämlich stufe 6 das heißt also koste nur eine millionen dafür kriegen aber drei moral dazu ich werde aber auf jeden fall erst mal die anderen wählen aufrüsten müssen und wenn ich aber letzten schützen habe warte die hier auf quasi an der sieben glaube ich war es gewesen die hier ab ableister ja aber letzten schützen heißen sie für mich sind so unglaublich stark meine alten mein held ist fast gestorben gegen einen von denen der 300 stich schaden das ist unfassbar natürlich eine schwäche gegen gift aber das ist halt das ist wirklich wirklich gut für uns also so schnell gehen wir den nicht da und vor allem wenn er halt jedes mal über so ein ding schießt über so eine über so eine kleine distanz so werden 269.000 gold ich denke ich werde die barrikade abgeräten die blockade abgeräten für 50.000 dann werden wir jetzt mal wieder zurück ins verlies gehen und zwar wenn wir uns jetzt endlich mal den ogre holen ist ja unfassbar alle sind jetzt freigeschaltet mittlerweile habt ihr aber haben wir glaube ich im letzten auch schon gesehen gehabt kann man das behemoth er hat verbesserte ritter also feuerrittern einen ogre und einen schützen dafür haben wir halt starke gegner starke einheiten und kostet 100 brot das ist total ich bin teilweise mit dem karten auch wieder runtergegangen weil wir gehen dazu stark waren aber habe dann gemerkt scheiß drauf brauchst du nicht runter gehen das ist ein ogre aber du brauchst dich runtergegangen ich greife dann einfach nur noch ein und werde aber die bogenmauer nicht zerstören von dem gegner da krieg ich nämlich auch pokale abgezogen und hat die ganze zeit das gold dazu ach komm schon böser bombenschutz böse bombenturm wenn man das ding mir auch ein frier ja kaputt feuern und drei tower das heftig das noch mal einheitlich in ruhe die schweine die ok da kommt keiner mehr lang jetzt ruhig die bombe herumstehen der schweine und da kommt der nächste ogre und wieder angreifen auch wenn ich ihm ausweichen würde vor allem ist es so eine fette sau ohne scheiß er würde mich wahrscheinlich trotzdem treffen was ja immer so selbst wenn du ausweichst sichtlich du kriegst trotzdem den schaden weil er ist ja meistens bei den links auch immer so bei den wie heißt der froster hier bei denen da wenn du ausweist kriegst du trotzdem den schaden also das sind sozusagen verfolgende projektile und das ist völlig latte wenn sie am angreifen haben sowieso getroffen so jetzt haben wir den ogre bekommen immer her hier so bist du erfahrung von der erfahrung 154 medaillen und wir können den ogre ausbilden ogre dom ja schön ogre du hässlicher ogre so dass wir das nächste was freigeschattet werden könnte wenn wir auch gleich hin hacken drei minuten dauert das wieder und werden direkt den nächsten nehmen wo haben wir den hier oben auf jeden fall wenn ich mir erst mal gerne speziellen gegenstatt habe ich noch brot ich habe noch 137 kostet 93 ist in ordnung das ist gar nichts dass das denn was ist schon was muss denn die fans ich habe von augen ist auch jemand kämpft gehabt der rhein nur die blockaden hingesetzt hat hintereinander nur die blockaden weißt du nichts anderes nur die blockaden das war so einfach durch zu fuck you das hat nämlich der app und aus dem heute auch noch oder gestern weiß ich glaube es hat mein video gehabt angeprangert gehabt dass man die nicht ausschalten kann weiß oder setzt man außer sehen aber mich stört natürlich jetzt nicht ganz so krass die leute die wirklich die jams komplett ehrlich und fair spielen aber trotzdem nervt mich dass sie dass ich jetzt fünf juwelen ausgegeben hat dafür ich weiß dass es wahrscheinlich gewollt ist vom entwickler weil man halt so dings raushaut juwelen und sie sich dann kaufen müsste und so weiter trotzdem finde ich das nicht ganz gerade so eine schöne art wäre natürlich wirklich toll wenn man die wirklich deaktivieren könnte kann man aber nicht mich ein bisschen doof gemacht habe ich gesagt das ist wahrscheinlich alles taktik ehrlich gesagt würde ich auch nicht anders machen weil es ist wirklich es sind zwar nur fünf juwelen aber ich meine fünf juwelen auf dauer ist auch eine ganze menge das ist auch viel das sind das sind hat so ein bisschen die kleinen tricks von den entwicklern meistens ich kenne sowas ich bin zwar kein entwickler aber ich habe schon genug spiele gespielt feuer ach ja wollte ich gerade noch zeigen oder gerade euch noch sagen wir haben nicht neue zauber bekommen die habe ich 1260 auf 2600 schön wunderbar wieder schön 500 600 erfahrung bekommen und wir bekommen eine rüstung mit 1631 health und 168,8 gift schutz wir haben uns gleich mal an denken okay das heißt also hier geht es nicht weiter äh da die zahl ja grün war bei den hp gehe ich mal stark davon aus dass wir uns auch verbessern dadurch deswegen schauen wir uns das einfach mal an zack wunderbar also 200 320 hp dazu und 168 gift schutz das ist schön ist wirklich sehr schön so und jetzt hier die zauber feuersturm ist das letzte was man hat und jetzt noch gibt es noch ein schwert regen der schwert regen zauber ist womöglich die effektivste waffe gegen andere einheiten und hat die größte reichweite es ist eine freude den zauber in der schlacht dabei zu haben werde ich mal ständig den denke ich mal statt der gift folge benutzen da kann man sogar noch später upgraden wenn mein zauberer turm macht er wird er gar nicht geabredet ist interessant ich dachte er wird geabredet ok dann wenn man den schwert regen aufrüsten an der hammerschlag sie ist wusste was wird auch gerade gemacht und ich habe es euch vorhin gezeigt ja natürlich der hammerschlag aufgerüstet heißt also beim nächsten mal den schwert regen aufrüsten und hier sind noch die ganzen normalen apokalypse die schlacht ruf ist glaube ich besser geworden verstärkt ist besser geworden jetzt haben wir ein portal das kann man theoretisch mit perlen benutzen erfolge 171 für das nächste upgrade und ja aber ich werde das nicht benutzen denke ich mal i don't think so so wenn wir jetzt noch einmal einen angreifen werden ich denke wir werden noch mal ganz kurz ins verlies haben wir überhaupt noch nicht mehr genug brote es ist so krass wie viel brote man überall braucht alles kostet brote das ist wie gold ist das hier es ist brote brotzeit und ich möchte wirklich gerne in die top 2 wenigstens reinkommen 15 21 minuten habe ich natürlich noch zeit und so viele medaille unterschied sind das nicht bis zum zweiten aber der erste ist ein bisschen schwer zu kriegen aber so 15 30 juwene wäre schon nicht schlecht gewesen oder wären schon nicht schlecht was hatten die olle ich glaube die genau die hat irgendwas neues dazu bekommen wurde mir vorhin geschrieben in in der blue stacks nachricht aber nichts interessantes so ein bau aber da haben wir noch frei und könnte noch 26.000 gold gestohlen werden weil wir nicht so viel lagern können das ist glaube ich alles maximum ich glaube lediglich die tower fehlen nur noch ich glaube in der werkstatt rüste ich glaube auch was auf genau die barrikade rüste ich jetzt als letztes auf das ist das letzte was man hier machen kann auch wenn ich sie nicht unbedingt brauche es darf mich trotzdem wenn irgendwas nicht geupgradet wurde und solange die werkstatt still steht kann man das durchaus machen das wird geupgradet die sie das ist ein maximum die farme auch das heißt also lediglich die fallen da kann ich noch upgraden da wird schon geupgradet wenn ich mal die falle abgehen von 50.000 ich würde jetzt gern noch ein ding angreifen einen dings gegner dunkle kristalle welche die hier die perlen oder dunkle kristalle wahrscheinlich sind dass die perlen die am 1 keine ahnung ok zwei haben mittlerweile angriffen die am 410 glaube ich gegen uns gemacht kann es sein dass sie gegen uns 410 gemacht haben und wir haben gegen die 1310 bisher mal also bisher sieht es ganz gut aus für uns wir haben also anscheinend immer einen kompletten tag zeit genau hier haben wir einen kompletten tag zeit anscheinend immer den krieg ähm äh weiter zu führen 1 2 ich weiß gar nicht der macht hier anscheinend gerade gar nichts der schwarze und der hier genauso wenig das heißt diese bekriegen sich hier und die bekriegen sich also hier oben die hinten bekriegen sich und wir hinten bekriegen uns das heißt der ist aktuell noch fein raus der hier ähm wir sind aktuell platz 3 wir kriegen 3 länder rein anscheinend oder haben 3 länder rein wenn wir gewinnen würden und wir kriegen so ein mumie boost ne verblüffende mumie die mumie stärker schockt ihre gegner öfter und rufe stammstuppen wenn sie stirbt der frostblaster abeläste ablässt das sind stärker machen sie jetzt die einstande zeugen eine hauerei der heilung wenn sie sterben oder die unheilsworte was das coolste ist finde ich das motor schießt mit bombenfeuer werden und giftbomben auf die angreife der wenn sie weg zu einer starken verteidigung weil man die artblaster und die mumien noch nicht halt zu ganz früh bekommen weißt du aber da gucken wir mal schon wieder 25.000 kreuz hätte ich jetzt nicht machen sollen jetzt haben wir nicht über den 200.000 scheiße und was haben wir hier oh die diamantikrupp stimmt die ist fertig fertig gebaut zumindest da wir jetzt allerdings keine brote mehr haben kann ich auch nicht angreifen schade ah gut ok wie komme ich hier hin ach die habe ich auch noch nicht gemacht was na los 30 können wir mal machen 30 brote jetzt überziehen man den paar zwar wieder aber es egal machen wir öfters gerne mal ich würde sagen ich mir nur die schützen mit ihnen und die magier hahaha so dann kommt man her burn baby burn batsch so da die dings eigentlich sowieso drüber laufen ich will trotzdem das gold haben hätte ich die zwar nicht kaputt machen ach komm die machen das schon vergift die einheiten mal und das war's die sollen sich meinetwegen jetzt kümmern habe ich nicht eigentlich gesagt ich nehme nicht schwerträgen mit verdammte kacke gut lass mal die tower kaputt machen da hinten meine einheiten kriegen das schon hin denke ich mal bevor ich den tower jetzt zerstöre na dann noch bleiben sie stehen ok heißt also na doch sieht ganz gut aus gerade na kriegt das hin was euch helfen batsch haha ok jetzt sollten sie eigentlich kommen genau der andere tower ist zerstört worden tödüm tödüm vernichtet alles ja jetzt wollte ich den schwerdringen mitnehmen ist natürlich ärgerlich dass ich das wieder vergessen habe gleich mal gucken ob man das umstellen kann bevor man kämpft 89 von deinem dazu bekommen jetzt 18.000 gott hätte ich jetzt auch nicht machen sollen weil ich jetzt schon über den 200.000 bin mann wie doof ich doch bin heute jetzt geht's hier oben lang und da unten ok also beides könnten wir freischalten wir haben wir noch haben wir noch paar arbeiter ja haben wir wunderbar dann schalten wir den erstmal frei dann können wir hier wählen das ist schön haben wir hier oben jetzt kein mehr ne nö keinen mehr frei deswegen lassen wir das jetzt einfach mal so stehen wir gucken öfters jetzt mal in die allianz äh kriegereien und in die kriegssaison und in 5 tagen ihr seht schon 4 tage 23 stunden ist das ding vorbei und dann schauen wir einfach mal äh wie wir dann so da stehen zwischenzeitlich guck mal hier wird schon der nächste kann man nochmal angreifen ne kann man nicht hier kann man immer nur alle 24 stunden kann man immer nur den krieg erklären ähm achso der greift jetzt an siehst du guck mal der ist jetzt aktiv der hier der purple der purple schwarze da und äh das heißt jede allianz oder jeder ja doch jede allianz mit 3 ländereien ist aktuell in den krieg verwickelt und dann schauen wir mal den stand an sind wir bei 1300 also wir sind fast zweiter und ich denke mal schon dass wir die erste werden ich hab wirklich das gefühl dass wir da äh gut dabei sind wenn wir uns ganz kurz mal angreifen werden haben wir immer noch die ganz normalen ne genau das heißt jeder kann also anscheinend jeden angreifen kann ich die noch eingreifen tatsächlich kann ich immer noch wieder angreifen immer wieder immer wieder wenn ich genug boote habe wahrscheinlich werden hier unten ganz wenig geben war 504 und der gibt hier 396 ist natürlich ein bisschen einfacher warte 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 es gibt noch ein schwertregen hin dann schauen wir mal wenn wir jetzt mal angreifen wunderbar der schwertregen ist so ein sehr schön gut leute da würde ich sagen sie uns einfach in der nächsten folge wieder von roi wo zweimacht auf sehr viel spaß das spiel gefällt mir gefällt mir und bis dahin leute tschau tschau